Ettynator saß auf seinem Schreibtisch vor seinem Laptop und war auf YouTube unterwegs. Er wusste nicht, was er ansehen wollte und sah sich erstmal um. Doch auf einmal erinnerte er sich an etwas Wichtigem. Nein, ich habe noch eine Abmachung einzuhalten. Aber ich will nicht! Ihr fragt euch wahrscheinlich, was ist denn diese Abmachung gewesen, die vor drei Jahren war? Die Abmachung war nämlich, dass ich und Lars Gaming, als wir uns kennenlernten, wir gegenseitig unsere Level bei Super Mario Maker spielen. Er hat sich daran gehalten, ich allerdings nicht und das ist schon drei Jahre her. Aber da dachte ich mir... Fresse! Aber da dachte ich mir, okay, ich mache es dieses Mal und ich werde es bei Super Mario Maker 2 machen. Allerdings habe ich schon seine Level zum Teil gespielt, aber ich weiß auch nicht mehr, wie sie auch wirklich sind. Deswegen ist es auch gut so, dass ich jetzt, also nach einer Zeit her, seit ich Mario Maker seine Level gespielt habe, es auch wirklich mache. So, hier ist der Account von Lars Gaming und er hat immer noch seine zwei Level, Ice and Fire und der Underground Experience. Ich würde sagen, wir spielen aber zuerst Ice and Fire. Übrigens, ich habe auch geplant, wenn die Zeit noch klappt, werde ich ein bisschen den Online-Modus besuchen. Da freue ich mich schon. Was ist das für mich? Das ist nicht euer Ernst! Das ist einfach echt unfair. Ich schwöre, das ist einfach unfair. Soweit ich weiß, müssen wir dafür sorgen, dass der Schneeball da hinten kommt. So, wir brauchen den P-Switch. 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 Manchmal bin ich so dumm. Gut, wir sind jetzt in der nächsten Ebene und wollen dafür sorgen, dass wir es schaffen. Loll. Oh, ich dachte halt echt, die machen mich jetzt schon fertig. Nein! Ich schwöre, wenn ich jetzt so sterbe, einfach lächerlich. Hahaha, was war das denn? Okay, war knapp, Leute. Hm. Okay, soweit ich weiß, geht es ja noch hier weiter. Wir treffen auf den Boss jetzt. Ich glaube sogar Bowser ist es nach dem Schloss hier. Ja, es ist er. Ja, ist er wieder. Ich habe ihn mir aber ein bisschen größer vorgestellt. Nach dem ultimativen Boss-Fight in New Super Mario Brothers Studio Deluxe. Aber ich kenne dich nicht! Barsch! Also, größter Unterschied ist da. Nein! Verschwinde! Ich mag dich nicht! Oh! Hä? Was ist da? Nein, du! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe es noch geschafft! Wieso trage ich den Peace-Fight dann nicht mit mir? Egal! Man kann ihn doch immer gebrauchen. Oder ich werfe es wie damals weg. Ja, ich mache es einfach. Oh, Galaxy! Ich habe ja in meinem Stream Galaxy gespielt gehabt. Das war echt cool. Das war mein erster Speedrun, ne? Das ist halt echt so. Und wie komme ich jetzt darauf? Hä? Hä? Ich hätte es im First-Try schaffen können, aber wie kommt man da bitte rauf? Ernsthaft? Ernsthaft? Lars-Gerling, was hast du da bitte für eine Scheiße gemacht? Ich habe dieses Level wieder einmal geschafft, aber in drei Versuchen. Alle guten Dinge sind drei. Aber es wird schlimmer bei der Underground Experience. Das mag ich nämlich noch viel weniger. Alles beginnt mit Super Mario World. Ganz friedlich. Doch dann kommt das. Warten. Man denkt, es ist ganz einfach. So einfach auch wäre nicht. Es wird noch schlimmer. Na! Hä? Ich hoffe, dass die Nachbarn nicht nach oben kommen. Weil ich habe ja Kopfhörer auf und ich habe keine Ahnung, wie da mein Sound ist. Das ist nur gut. Na gut, ich hasse das. Hallo! Okay, dann wollen wir mal. Wenn wir es so machen. Oh, ich habe es geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Achso. Dann muss man das so irgendwie machen. Allerdings müssen wir ein bisschen warten. Ja! Ich habe es. Okay. Wir sind schon mal weit. Und das ist ein gutes Zeichen. Denn genau hier müssen wir schon mal vorankommen. Oh Mann. Oh Mann. Ich muss alles wieder nochmal von vorne machen. Finde ich witzig. Oh mein Gott. Boah. Nein! Sonst kommt man da nicht durch. Immer wieder solche Menschen. Zum Beispiel jetzt in Super Mario Maker. Ich spiele zum Beispiel jetzt dieses Level. Okay? Und dann kommt wahrscheinlich irgendjemand. Egal ob im Stream oder in den Kommentaren eines Videos. Einfach so. Hä? Ist doch richtig einfach. Ich denke mir da nur. Halt's Maul. Das ist nicht lustig. Ich schwöre, das ist nicht lustig. Ich schwöre, ich mache das Teil hier gleich an meinem Schreibtisch kaputt. Ich meine, Schreibtisch Duel. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich schwöre, ich habe es geschafft. Ist mir scheißegal. Ich mache weiter. Ist es das Ende? Nein. Okay, warten wir noch einen Moment. Okay. Starten wir. Also, glaube ich zumindest. Es geht weiter. Okay. Okay. Er ist einfach hier reingekommen. Okay. Ah. Ich verstehe. Das ist nicht, nur weil dieser scheiß Mistfeet dabei ist. Ich verschwinde. Ich mag dich nicht. Und was kommt hier raus? Oh, okay. Ich brauche noch ein bisschen. Leute, ich brauche noch ein bisschen. Schnell weg, schnell weg. Ich habe es geschafft. Alter, es muss doch langsam ein Ende geben. Es ist langsam nicht mehr lustig. Was? 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 Das ist lächerlich. Das ist... Das ist lächerlich. Scheiße. Komm schon. Okay. Panzer. Check. Yes. Oh mein Gott. Schnell weg. Schnell weg. Schnell bloß weg. Ich will dieses Kack-Level beenden. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich sein kann, dass dieses Kack-Level vorbei ist. Dazu kann ich nur insgesamt zu beiden Level etwas sagen. Finde ich witzig. Jetzt gehen wir aber zu vernetztes Spiel zurück. Alles klar, einfach ein Eins gegen Eins. Na schön. Okay, komm her, Arang. Komm her. Hey, ich bin schon mal in Führung. Ist ein gutes Zeichen. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht irgendetwas im Weg. Das wäre halt jetzt echt scheiße. Checkpoint erreicht. Sehr schön. Okay. Was? Wie ist das denn jetzt passiert? Wer gewinnt? Wer... Ich habe wieder dieselbe Stelle. Ich mag das Spiel nicht. Ich mag das Spiel nicht. Er macht den Ossi-Move, oder? Du bist ja so lustig. Du Hurensohn. Okay, go. Und wie komme ich raus? Ah, ich muss warten. Ne, kein Neustadt für alle, Mann. Ich gehe gerade in Führung. Fuck. 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 What the fuck? Übertreib nicht! Übertreib nicht! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, nein! Ich hab gewonnen. Ich bin halt der Beste. Alter, spannender Kampf. Nein! Ach so! Ich hätte gar nicht sprengen müssen. Scheibenkleister. Scheiße. Aufpassen. Ich wusste es. Okay. Ich bin noch am Leben. Ich kann es noch schaffen, Leute. Ich kann es noch schaffen. Ich bin der Mann, Mann. Jetzt schaue ich mich hier selbst im Spiegel an und mache mich über mich lustig, weil ich gewonnen habe. Ja, du hast gewonnen und du schaust gerade in die Kamera. Hi, Leute. Tja, Leute, da möchte ich schon mal auf Wiedersehen sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es jedenfalls nicht Spaß gemacht, weil Last Gaming mich abgefuckt hat, obwohl er noch nicht mal hier ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute. Lasst alle bitte ein Intenator und ein Like-Tab. Abonniert mich. Leider ja. Bis dann. 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 Bis zum nächsten Mal.